Ho, ho, ho meine Freunde, ich bin's von Ali und willkommen zu einer weiteren Folge von... Ali Zerz! Tja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich das Wort Bitch diesmal nicht angewandt, weil wir Adventzeit haben und bald Weihnachten ist. Das heißt, diesmal hatte ich nicht für euch Spaß zu beleidigen. In der letzten Folge von der Beleidigung ging es darum, wer diese Kissen hier gewinnt und heute ist es endlich soweit. Die Verkündung. Es gibt genau drei Gewinner und die Frage stellt sich, wer hat gewonnen? Ich habe nicht wenig Kommentare bekommen. Ich habe so viele Kommentare bekommen, meine Haare wurden glatt grau dabei. Ja, das war vielleicht schlecht. Aber da das hier Ali Zerz ist, werden wir den Gewinner nicht sofort verkünden, sondern wir uns erst ein paar Kommentare ansehen. Und hier kommt auch schon ein Kommentar Nummer 1. Ich will das Kissen, weil ich einen Schrank habe. Ich auch! Das ist aber nichts Besonderes. Die Kissen sind awesome. Iblali ist awesome. Lord Aperdon ist awesome. Verkackt. Weil es super wert, für deine Arbeit mit meinen Kindern. Für deine Arbeit mit deinen Kindern? Hey du Scheißgehör, habe ich gesagt, du sollst aufhören weiter zu nageln oder was? Ja, ist mir doch scheißegal, ob deine Hände bluten kannst. Meinetwegen auch für einen Bluten, Junge. Ach, das tut gut. Ich möchte das Kissen haben, weil ich meinem Bruder zu Weihnachten schenken würde. Oh, wie sieh! Ne, warte mal kurz. Habe ich jetzt nicht damit, dass ich deinen Kommentar vorgelesen habe, dich quasi über deinen Bruder verraten? Äh, Iblali, Ankündigung. Jona ist sieben will seinem oder ihrem Bruder definitiv kein Kissen schenken. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich will ein Kissen, weil unsere Familie hat kein Geld für Kissen. Wir haben nämlich auch Geld für den Rechner und Internetverbindungen, denn Kissen sind ja so teuer. Ist klar, Murat. Warum sollte ich es nicht wollen? Ja, es gibt im Grunde genommen keinen Grund, warum man das Kissen nicht haben will. Es sei denn... Ey Mann, lass du mich aus, wenn ich aufstehe! Ich will das Kissen, weil mein Kissen dreckig ist. Okay, eine Frage. Meinst du jetzt die erste Definition von dreckig oder die zweite? Denn wenn du die zweite Definition von dreckig meinst, dann glaub mir, reicht es, diesen Gesichtsausdruck zu sehen und du kennst die Antwort. Nasser, bitte dich raten. Fick den Kissen, Alter, gib mir den Sobrero. Ach wow, ich meine, okay, wenn du schon so sauber und sachlich argumentierst, dann hier bitte. Was? Ich will das Kissen, weil ich es will. Ich gebe dir das Kissen nicht, weil ich es dir nicht gebe. Ja, wenn nur alle so gut argumentieren könnten. Ich lade dich zum Essen ein, weil ich dich zum Essen einlade. Der Baumstumpfer ist stumpf, weil er stumpf ist. Spaßige Dinge machen Spaß, weil sie Spaß machen. Du bist ganz schön fett, weil du fett bist. Das ist einfach alles so logisch. Ich finde, wir sollten diese Denkweise verbreiten. Danke, Jindunulcan, du hast uns erleuchtet. Ich möchte so ein Kissen, weil mein Freund bald Geburtstag hat. Nämlich am 4.12. Am 4.12. Aber das Gewinnspiel geht bis heute, dem 9.12. Also entweder hast du das nicht so wirklich mitbekommen oder du warst dir ganz schön sicher, dass du gewinnst. Tja, 11.000 Teilnehmer und ich bin einer davon. Pff, schau mich doch locker. Hi, Ali, ich fand dieses Witt ziemlich lustig. Und ich will das gelbe Kissen, weil es genauso guckt, wie ich. Genauso wie du? Schaust du wirklich immer so? Naja, wie soll ich es dir jetzt sagen, Alter? Deine gesamte Familie ist bei der Explosion ums Leben gekommen. Und deine geliebte Freundin auch. Ich würde gerne ein Kissen haben, das ich jetzt meiner Freundin schenken kann. Oh, wie süß. Ah, verdammt, schon wieder paratend. Ich würde das Kissen haben wollen, weil es cool ist, weil es von dir ist. bitte 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 schorle mag. Danke für diese sehr wichtige Information, ich werde das gleiche in mein Buch für die Nachwelt eintragen. Zing! Oli Zerz! Yo, meine Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und tscheea! Sind die drei Gewinnerung gelistet, die die Kissen bekommen haben und gewonnen haben! Wuh! Wie ihr vielleicht seht, könnt ihr bei mir nur was gewinnen, wenn ihr vernünftige Kommentare schreibt, also mit Spam kommt ihr überhaupt nicht weiter. Nicht traurig sein, wenn ihr nicht gewonnen habt, ihr könnt die Kissen immer noch kaufen, und zwar hier unten bei Mood Rush, also besucht die Seite auf jeden Fall. Das war's, meine Freunde, bis zum nächsten Mal bei Oli Zerz, ciao! Bis zum nächsten Mal!